Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS15 auf der Belgik-Pofonte. Ich bin jetzt gerade dabei, den, äh, meinen Kaffee auf die Seite zu stellen, weil sonst muss ich ihn leider umschmeißen, so. Ähm, ne. Ich bin jetzt, äh, dabei, das Cone wegzubringen. Das heißt, wir werden jetzt etwas in den Seedmaster schmeißen. Und dann werden wir etwas in den, bei AWB verkaufen. Nicht, nicht das Geld deswegen, sondern einfach, weil ich hier noch ein paar Sachen habe, die, ähm, oder beziehungsweise der Drescher wirft dann auch noch ein bisschen was an Weizen ab. Und das müssen wir natürlich Platz haben. Und wenn wir 99% drin haben, dann kann ich nichts mehr aufnehmen. Das ist einfach so. Deswegen fahren wir da jetzt einfach mal zu, hier ist hier direkt ums Eck. So, was ist mir hier? Ah, ich muss hier rückwärts ranfahren, genau. Ich hoffe, dass wir das mit dem Hänger hier schaffen, machen. Gucken wir einfach mal. So. Ich sehe leider gar nichts so. Aber jetzt. So, so. Ich hoffe, das funktioniert. So, sollte, okay, ich habe ein Abladesymbol. Ja, es funktioniert sehr gut. Man sieht, wie der Seedmaster sich befüllt. Ich musste, oh, ne. Moment, ich möchte das ein bisschen, ne. Ich habe ja gesagt, ich möchte das. Ich vergesse natürlich ab und zu noch, aber ich arbeite daran. Ich möchte hier mal gucken, wie viel da jetzt wirklich drin ist. Es sind, jo, 8000 drin. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal die Zeit ein bisschen arbeiten lassen. Dann passt das auch. Zack, zack, zack. So, dann können wir den Rest hier vorne verkaufen. Gibt auch ein bisschen was. Ein paar Cent vielleicht. Das ist eigentlich schon schlimm, ne. Für so eine harte Arbeit, ne. Für solche Großmaschinen. Die Maschinen sind ja sündhaft teuer. Gibt es dann so einen kleinen Ertrag. Das ist schon bitter eigentlich. Aber das ist nochmal so. Gut, dann haben wir das jetzt hier ab. Seht, das hier kommt doch dann steigt ein bisschen. Wir haben dann hoffentlich eine Anzeige, wie viel das denn dann war. So. 7600. Das ist doch, das ist doch ein Witz eigentlich, ne. So ein, äh, so ein, äh, Brescher, wie wir ihn fahren zum Beispiel. Der kostet 200.000. Ja, kostet er bestimmt. 200.000 kostet er. Und dann bekommt man so einen vollen Hänger. 7.000. Gut, der war nicht mehr ganz voll, muss man auch ehrlich sein. Aber 7.000 ist schon mickig, wie ich finde. Also da, auch wenn es 10.000 jetzt wären zum Beispiel. Das ist nicht so viel. So, ich muss an den Auto. Ah, okay. Der Helfer fährt nicht mehr. Ist er fertig vielleicht? Das kann natürlich jetzt sein. Machen wir gleich mal gucken gehen. Es scheint mir fast so, als wie er fertig sein würde. Jo, er ist fertig. Gut, dann schauen wir uns ganz kurz die Felder an. Als nächstes kommt Feld 21 oder 21 oder 22 dran. 21 ist es. Ich müsste nur gucken, was da drauf ist. Weizen. Das heißt, wir können den Weizen drin lassen. Äh, Feld 31 ist auch noch Weizen. Oh, das heißt, wir müssten mal ein bisschen vorspulen. Da müssen wir nicht so weit fahren. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Gut, dann lassen wir jetzt hier mal, ich würde sagen, die Zeit ein bisschen laufen. Äh, auf 30. Lassen wir die Zeit einfach mal auf 30 laufen. Den, äh, den Trecker mit dem Abfahrer stellen wir derweil an die Seite. So, passt. Dann müssen wir hier wieder aussteigen. Perfekt. Die Türen natürlich wieder zumachen, wenn wir draußen sind. Und dann können wir weitermachen mit, äh, Stroh einsammeln. Und ja, ich glaube, bei den Masttieren fehlt noch ein bisschen was an Stroh. Und, also bei den Kühen, speziell bei den Schweinen, glaube ich, haben wir alles, äh, ganz gut versorgt. Äh, Schafe natürlich. Und bei den Gänsen müssen wir auch noch danach füllen, nachgucken. Äh, mir ist das relativ wenig vorgekommen bei den Kühen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei Stroh, ja, da ist wirklich wenig Stroh drin. Für meinen Geschmack jetzt. Es kann auch sein, dass ich mich da irre oder täusche, aber es sieht mir relativ wenig aus. So, wir werden jetzt gleich hier auf der linken Seite die drei Bahnen mitnehmen, weil dann haben wir den linken Teil des Feldes schon mal komplett erledigt. Wenn man jetzt von der Straßenseite unten hochguckt. Und dann werden wir den, äh, Rest angehen. Äh, Stroh ist etwas, was ich jetzt eher nicht verkaufen würde, weil das einfach gar nichts bringt. Und Stroh eigentlich immer, egal ob in loser Form oder in Ballenform, Rundballenform, kann man eigentlich immer einlagern. Weil, ne, würde ja nicht schlecht. Und Stroh kann man immer gebrauchen. Das ist egal, für was. Du brauchst es, um, ähm, Futter zu mischen. Du brauchst es, um bei den Tieren einzustreuen. Äh, das ist eine so vielseitig einsetzbar. Das ist schon sehr, sehr gut eigentlich. So, wir haben jetzt hier unten ein kleines Ding stehen gelassen, weil irgendwie über die Achse hat er mir das nicht zugelassen. Aber wir werden es verkraften, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ich habe ein gutes Gefühl. So, was wir natürlich hier dann jetzt als nächstes machen müssen, ähm, ist häckseln. Häckseln, da kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir leider machen. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Es wird, glaube ich, besser sein, wenn ich das am Hof lagere. Es ist nicht so viel. Es ist nur ein Feld. Es ist nur Feld. Schlag mich doch 22. Da wären wir, glaube ich, da sind wir besser dran, wenn ich das am Hof lagere. Da muss ich nur einen schönen, wirklich einen schönen Curseplay-Cruise... Ne, das mache ich ja nicht selber, oder? Lass mich überlegen. Ich finde, es würde schon geil finden, wenn wir das mit dem Curseplay-Cruise machen. Würde ich schon... Würde ich schon feiern, glaube ich. Äh, wir können das ja mal testen. Ich habe zwar mehrere Tutorials gesehen, wo das 1a erklärt wurde. Aber ob das dann wirklich so funktioniert bei mir, das ist immer so die andere Sache. Natürlich, ich weiß, dass es nachher dann an mir liegt, aber... Äh, wir müssen einfach mal gucken. Weil es ist natürlich nicht so einfach mit den Curseidos. Es ist ja nicht schon einfach. Theoretisch ist es einfach. Du machst den Kurs. Du sagst ihm, du musst am Hof abladen. Du fährst da hin. Du musst rückwärts reinfahren. Äh, in das Silo. Dass er abkippt. Und... Dann fährst du wieder raus. Das war's. Äh, prinzipiell klingt das sehr, sehr einfach. Aber die Ausführung ist meistens schwieriger als gedacht. Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir schaffen das schon. Wir haben das bis jetzt immer gut, ganz gut hingebracht. Und das wird auch wieder so sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, was man sich überlegen könnte, dann in späterer Folge vielleicht, dass man das Stroh von Feld 31 vielleicht in den Kompost erwirft, damit man ein bisschen Kompost hat. Ähm. Ja, da bin ich noch, bin noch sehr, sehr unsicher, Kompost. Aber ich glaube, ich vertraue da einfach mal dem, ähm, René, der diese Map umgebaut hat. Er hat gesagt, er hat da keine Probleme. Und es, es hat einfach, es passt einfach alles. Bis jetzt, was er zu mir gesagt hat, passt eigentlich alles. Also die Map läuft stabil, sie läuft super. Es gibt gar keine Probleme. Äh, er hat das alles wirklich super hingebracht. Er hat so kleinere Fehler, die Frabelle vermasselt hat oder, weiß ich nicht, da reingebaut hat. Absolut wichtig, natürlich. Hat er wieder korrigiert und das, ja, das rechne ich ihm schon ganz, ganz hoch an. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause und bringen das Stroh nach Hause zu unseren Kühen, Schafen, alles mögliche. Ich glaube, bei den Schafen, nee, bei den Schafen brauchen wir kein Stroh, was ich so gelesen habe, oder? Ich vergesse das, jedes Mal muss ich da nachgucken, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Ähm, nee, das war weiter hinten, glaube ich, glaube ich. So, hier, Schafe. Nee, Schafe brauchen kein, äh, kein Stroh. Nö, 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 nö. Weil die haben ja eigentlich, die können ja überall, äh, an der Wiese, überall, nee, also die brauchen keinen Stroh. Ich finde immer interessanter, dieses Feld hier links, was ist denn das für ein Feld? Feld 11, das sieht für mich auch relativ cool aus, also müssen wir mal gucken, was das denn kostet. Wow. Aber, als alles, das müssen eben die Tiere versorgt werden, da gibt's keinen, es wird keinen Weg dran vorbei, das muss einfach sein. So, hier hochstechen. Dann läuft das auch wieder. Wir müssen dann mal gucken, wann wir dann mit der Haarmilchproduktion anfangen. Äh, es fällt mir jetzt gerade was ein, was ich eigentlich, warum ich das jetzt vergessen habe, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich bin eigentlich doof. Ohne Witz, kann es wirklich nicht anders beschreiben. Ich könnte doch schon mal anfangen, den Mix-Feeder zu befüllen, oder? Warum ich das nicht gleich gemacht habe? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber ist egal. Wir füllen, äh, wir füllen jetzt hier noch was ein. Zu, bei den Mastrindern. Wie weit muss ich dann noch zurückfahren? Das ist die Schweine, höre ich schon mal. Jetzt habe ich einen Abladepunkt. Da lassen wir jetzt ein bisschen was da. Und den Rest, genau. So, die Gänse, die können wir dann später machen. Wir haben ja schönes Wetter, die sind sowieso den ganzen Tag draußen. So, was ich jetzt nur machen muss, ist den Stall schließen. Ihr kennt das ja von mir, der Stall muss immer geschlossen sein. Sonst laufen unsere schönen Mastetiere weg. Das geht natürlich gar nicht. So. Und dann werden wir jetzt heute zum ersten Mal unseren Mix-Feeder befüllen. Zumindest mal anfangen zu befüllen. Verzeihung. Ich weiß natürlich, dass das, äh, jetzt nicht alles voll sein wird mit einem Ladewagen mit 38% Füllmenge. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ich muss mal gucken, wo das überhaupt reingehört. Das habe ich auch noch nicht nachgeschaut, ne? So, ich habe ein Abladesymbol. Stroh wird hier nicht angenommen. Ich glaube, das ist das Falsche. Jetzt aber. Steine aussteigen. Ich weiß jetzt, wie wir vergessen. Tut mir leid. Ich muss aber nachgucken. Ah. Das mittlere ist schon mal für Stroh. Okay. Geht da alles rein? Gucken wir uns das. Steuerung MF. So. Niediger Füllstand. Okay. Äh, das passt soweit. Gras weiß ich, dass wir keins da haben. Silasche haben wir kein... Oh, Stroh ist jetzt angezeigt worden. Sehr, sehr gut. Kann ich das jetzt Bunker füllen mit Stroh? Bringt uns eigentlich jetzt gar nichts. Bringt uns eigentlich gar nichts. Müssen wir jetzt einfach warten, bis wir Gras und Silage haben. Und dann kann das verfüttert werden. So, jetzt fahren wir wieder los an unser... Auf unser Feld. Äh, ich glaube... Ich weiß... Ich kenne die Kapazitäten des Mixfeeders gar nicht. Weiß nicht, wie viel da jetzt reingeht. Ich glaube... Ich glaube... Habe ich nur gehört. 50.000, glaube ich, pro... Äh... Wir gucken dann ins andere Menü. Pflanzen sterben. Machen wir jetzt nochmal aus. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich nicht gespeichert wird. Ui, da ist ein Baum. Ähm... Gut. Dann fahren wir halt... Hier mit Rot umleuchten. Kann man immer machen. Fahren wir hier schön... Das restliche Stroh einholen. Nach Hause bringen. Und dann können wir eigentlich nach... Oh mein Gott. Stopp. So. Und dann können wir eigentlich dann bald... Äh... Jo, das Feld imaginär abhaken. Bevor wir es dann bald wieder mit Mist bestücken. Äh... Umgrubbern. Und was Neues ansehen. Ich... Bin geneigt. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte nicht so viel verraten. Es könnte sein, dass wir... Dass das das nächste Kartoffelfeld wird. Es könnte sein. Wow. Äh... Weiß aber nicht. Es könnte auch sein, dass das Feld 22 wird. Ich muss mal nachgucken. Wäre schon nice. Ne? So ein Kartoffelfeld. Also... Boah. Vor allem jetzt mit den Kartoffeln, wo die Kartoffeln richtig Sinn machen. In meinen Augen. Weil früher war das einfach nur... Sag ich eine Frucht. Was du geerntet hast. Und was du verkaufst hast. Das war's. Ne? Und jetzt mit diesen ganzen Waschproduktionen... Macht das schon mehr Sinn. Und... Ja. Schauen wir mal, ne? Ich weiß es noch nicht. Kann noch... Ja. Wir gucken einfach mal. Wir müssen nicht zu viel verlautbaren. Und dann ist es nicht so, wie es geplant war. Aber es ist ja auch kacke. So. Fahren wir hier rum. Ein bisschen größeren Bogen fahren. Dann habt ihr nicht so das Problem, dass die Schwade nur so halb aufgenommen wird. So. Das sollte perfekt gepasst haben. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Schwaden, die hier liegen. Das wird nicht alles in den Ladewagen gehen. Ist aber auch egal. Weil dann fahren wir halt nochmal. Mir ist noch wichtig, dass einiges jetzt im Lager ist. Dass einiges da ist. Und... Ich muss dann noch gucken. Genau. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich muss dann noch gucken, ob... Vielleicht... Ähm... Was meint das? Diese Gülle? Okay. Äh... Ob wir vielleicht eine Gabel oder eine... Ich glaube, wir brauchen eine Gabel dafür. Wenn ich los den Stroh einlagere, damit ich das auch wieder rausbekomme, ich glaube, dann brauche ich eine Gabel für. Muss ich gucken, ob ich die habe. Sonst muss ich mir die runterladen. Ist aber kein Problem. So. Da haben wir nicht sauber gearbeitet. Hier links. Aber ja. Wir werden es verkraften. Gut. Wenn die Zeit uns nicht auf 30 läuft, dann ist es, wird es natürlich relativ schnell dunkel. Ist aber auch nicht so tragisch. So. Was haben wir hier noch? Alles läuft alles. Hier läuft auch alles. Hier hinten passt... Uah! Passt auch alles. Jo. Es könnte eigentlich nicht besser laufen. Möchte ich wirklich so sagen. Es könnte nicht besser laufen. Und... Gut. Die kommenden Folgen werden natürlich wieder prall gefüllt sein. Weil wir müssen... Ich weiß nicht, ob wir jetzt zuerst... Ähm... Ja. Zuerst steht natürlich... Oder muss anstehen, dass... Äh... Den Mais runterzubringen. Den Mais runterzubreißen, dann kommen wir nicht dran vorbei. Äh... Das werden wir aber so gut wie es geht automatisieren. Da muss ich nochmal gucken, was besser geht. Entweder ich mache den Hexlerfahrer oder ich mache den Curseplayfahrer. Oder den Abfahrer, besser gesagt. Weil wenn es Curseplay ist, dann macht es ja der Computer und nicht ich. Ich bin aber fast dazu geneigt, den Hexlerfahrer zu machen, ja. Denn, damit ich euch zeigen kann, wie das mit dem Curseplay Einfahrcruise funktioniert. Ich habe auch sehr, sehr viele Kommentare bekommen, ähm... Dass ich mal... Ich habe ja gesagt, ich möchte ein paar Mod-Vorstellungen machen. Äh... Das wird in der nächsten Zeit kommen. Ich bin aber noch sehr, sehr viel am Vorproduzieren. Für SFH zum Beispiel. Da gab es ja jetzt die letzten Tage... Jetzt läuft das wieder. Aber es gab ja zum Wochenende oder vom Wochenende weg Probleme mit dem Safe-Game zerschossen und bla bla bla. Und hier Bellchipofonte ein bisschen in Voraus aufnehmen, weil Hofbergmann wird dann auch wieder aufzunehmen sein. City Economy wird zum Aufnehmen sein und so weiter und so fort. Und ja... Aber das soll euch nicht belasten. Das soll nicht euer Problem sein. Und ich schaue, dass ich das so gut wie möglich, äh, das Manager, das Time, dass wir vielleicht dann noch vielleicht ein, zwei Mod-Vorstellungen im Platz haben. Nicht täglich, aber immer wieder mal. Möchte ich das schon machen. Muss ja nicht sehr, sehr ausführlich sein. Ich bin sowieso ein Gegner von sehr, sehr ausführlichen Mod-Vorstellungen. Weil dann, wenn ich das jetzt komplett alles von A bis Z erkläre, ne, und da nur irgendein Punkt dabei ist, der dem Zuseher nicht zustimmt, dann ladet er sich den Mod nicht runter. Und das möchte ich nicht. Weil Mod-Vorstellungen sind sehr, sehr abhängig vom eigenen Gefühl, von der eigenen, ja, von den eigenen Vorlieben, sage ich jetzt mal. Für mich ist jetzt ein Trecker zum Beispiel durchgefallen, wenn er keine IC-Steuerung hat. Das ist aber nur mein Befinden, ne, und das würde ich ja auch in der Mod-Vorstellung ganz offen und ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das einige Leute in den falschen Hals bekommen würden. Deswegen würde ich nur die Grunddaten wiedergeben, des Gerätes, der Karte, wie auch immer, was gerade vorgestellt wird. Und den Rest muss der Spieler oder der Zuschauer sich dann einfach selber, ja, muss einfach selber gucken, ob er das gut findet im Mod oder nicht. Und, ja, solche Sachen halt eben. Lass mich ganz kurz gucken. Simon, nein, 75.000, das kann sich doch sehen lassen. Gut, wir werden dann morgen hier weitermachen mit einer Lage oder einer weiteren Stroh-Sache, beziehungsweise Stroh-Anhänger. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, wäre sehr, sehr nett von euch. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich um 16.209 Folge Belgik-Pofonte. Und, ja, habt noch einen schönen Tag bis dahin und macht's gut bis morgen. Ciao.